Vielleicht kannst du ihn zurückholen. Einfach so die Hand drüber machen. Hey Leute, ich bin Max Omaüber und heute mache ich den Spider-Prank in Hamburg. Und ich werde den Leuten sagen, dass wir so ein Experiment mit denen vorhaben. Und ihr werdet gleich sehen, wie die Leute darauf reagieren. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's. Ich mache einmal ein Foto davon und lege das Handy hier runter, okay? Jetzt gleich nicht erstrecken, wie Boris kommt, okay? Okay. Boris, eine Spinne. Hast du Angst vor Spinnen? Ja. Okay. Tut dir aber nichts. Merkst du irgendwas? Nee, ne? Nee. Boris, du kannst auch hier so ein bisschen mit dem Finger reingehen. Ein bisschen streicheln, aber das mag er nicht so. Deswegen lassen wir es auch. Komm mal zurück, Boris. Du musst einmal so rüber streicheln. Genau, und dann kommt Boris zurück. Aber der hört auch nicht, wie du merkst. Kannst du mal vielleicht so deine Hand drüber machen? Ich mache jetzt ein Foto davon und dann lege ich das Handy hier rauf, okay? Und jetzt muss ich nicht gleich erstrecken, gleich kommt Boris, okay? Genau, das ist Boris, eine Spinne. Hast du Angst davor? Aber besser. Ja. Okay, die streicheln, aber das mag er nicht so. Okay, warte, warte, warte. Vielleicht kannst du ihn mal wiederholen, dass du irgendwie so rüberwischst. Oh, ich ne. Was? Nee. Ich mache jetzt ein Foto von deiner Hand und packe das Handy hier rauf, okay? Jetzt gleich nicht erstrecken, gleich kommt Boris, okay? Also müsste. Genau, Boris ist ein Spinne. Hast du Angst vor Spinnen? Nee. Nee, okay. Genau, jetzt bleiben wir da. Okay. Er hört nicht so gut. Vielleicht kannst du ihn mal wiederholen, sehen, dass du mit der Hand einmal rüberfährst. Fuck. Hast keine Angst, du? Nee. Ein Foto davon, packe das auf deine Hand. Und jetzt musst du aufpassen, gleich kommt Boris. Ja, hast du Angst vor Spinnen? Ja. Oh. Entschuldigung. Ja, Boris tut dir aber nichts, ja? Der ist nur im Display. Boris ist eigentlich ganz lieb, oder? Ja, du kannst ja auch so mit dem Finger reingehen. Das mag Boris nicht so, deswegen lassen wir das. Boris, komm mal zurück. Der hört auch nicht so gut. Komm mal zurück. Okay, bleib da. Warte, pass auf, okay? Okay, eigentlich kann er ein Kunststück, aber vielleicht kannst du ihn zurückholen. Einfach so die Hand drüber machen. Danke. War schlimm. Oh mein Gott. Genau. Siehst du den Display? Ja. Genau, und jetzt kommt Boris gleich, ja? Boris ist eine Spinne, brauchst keine Angst zu haben. Genau, da siehst du Boris. Boris, komm mal weiter rein. Jetzt kannst du hier auch an der Seite so ein bisschen mit dem Finger reingehen und ihn streicheln. Ja, okay, du kannst das nicht. Hast du Angst oder so? Nee. Okay, bleib mal da. Kannst du Boris vielleicht mal wiederholen, dass du so machst einfach? Mit der anderen Hand einfach mal rüber streichen. Mit der anderen vielleicht. Wer kommt da wieder? Ah! So Leute, ich hoffe euch hat der Spider-Prank gefallen. Mir hat echt viel Spaß gemacht. Und wenn ihr einen zweiten Teil wollt, dann abonniert mich auf jeden Fall. Teilt das auf allen Social-Media-Seiten, damit alle Leute das sehen und alle Leute darüber lachen können. Und hier oben kommt ihr nochmal zu meinem letzten Cover, darunter zu meinem letzten Video und darunter zu meinem Abonnier-Button. Also ihr könnt mich noch kostenlos abonnieren. Und wie gesagt, ein Daumen hoch wäre echt cool. Und ja, vielleicht gibt es einen zweiten Teil, wenn ihr wollt. Also, ciao!